Gestern noch in Berlin, heute schon wieder in Neustadt. Mega nice hier. Einfach auf dem Balkon. Poros Spritz, Sonnenuntergang, bestes Wetter. Wahnsinn. Guckt euch das mal an. Erstes Mal hier in Krümels und gleich geht's los. Die Leute sind ready. Ich bin ready. 2, 2, 1, go! 1, 2, 1, go! Bis zum nächsten Mal.